Als nun das Mädchen und der Mann beide den Trank zu sich genommen haben, da kam auch die Macht, die der Welt die Ruhe raubt, die Liebe und Verstand betäubt und schlicht sich in ihre Herzen ein. Da sagte Tristan, Das weite Gott, ob Tod oder Leben, es hat mich angenehm vergiftet. Ich weiß nicht, wie der andere Tod ist, dieser jedenfalls gefällt mir gut. Wenn die herrliche Isolde immer so mein Tod sein soll, dann will ich mich mit Vergnügen bemühen, mein Ewig. So lehrt die Liebe aufrichtige Menschen das Beton. Solche, die doch eigentlich nicht wissen dürften, was zur Täuschung und Falschheit gehört. So lehrt die Liebe aufrichtige Menschen, und aufrichtige Menschen das Beton. So lehrt die Liebe aufrichtige Menschen, dass sie mich nicht mehr überwe bén. Vielen Dank.